Sukha Balasana, die glückliche Babystellung oder die glückliche Kindstellung, ist eine schöne Stellung auf dem Rücken. Auf dem Rücken liegend fasse mit beiden Händen um die Füße und ziehe die Knie sanft zur Seite. Raffaela ist jetzt recht fortgeschritten und gibt die Knie ganz auf den Boden. Du kannst aber auch die Knie oben halten und einfach nur sanft die Knie zu dir hinziehen, eventuell sogar mit den Händen entweder außen um die Füße oder von vorne. Wenn ein Baby glücklich ist, legt es sich gerne auf den Rücken und die Füße nach oben lächelt dabei und eventuell fasst es auch mit den Händen an die Füße. Es ist ja manchmal erstaunlich, was Babys alle für Stellungen schon beherrschen. Es gibt auch noch eine Variation, wo du die Arme über Kreuz nimmst und du fasst mit der linken Hand an den rechten Fuß, mit der rechten Hand an den linken Fuß, entweder von innen oder wenn du es fortgeschrittener haben willst, fasst du mit den Händen um die Fußrücken und fasst die Füße von außen und versuchst dabei die Lendenwirbelsäule am Boden zu halten und trotzdem die Knie zum Boden hinzubringen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.